Ja, ihr seht richtig, es gibt wieder The Binding of Isaac und damit heiße ich euch natürlich auch willkommen dazu, zurück. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ja, ich werde in diesem Monat mal wieder ein bisschen mehr The Binding of Isaac spielen. Ich habe vor, dass alle zwei Tage ein Video kommt, je nachdem, ob... Ne, je nachdem, wie lang der Part ist, wird es vielleicht auch den Tag darauf eins geben, weil ich möchte halt ein Run, ein Part machen. Und manchmal, ihr kennt mich, sind die auch ein bisschen, bisschen schlechter. Ja, ich möchte das... Ach Gott, ich bin es nicht mehr gewöhnt. Absolut nicht mehr. Ja, die Steuerung kriege ich noch hin. Haben die das umgeändert? Ne, Items war doch immer auf Space, ne? Ja, doch. Ja, 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 ja. Wie gesagt, das ist lange her für mich. Ich bin auch am überlegen, ob ich es, ähm, zukünftig mit Facecam spiele, wobei ich nicht genau weiß, wo ich die am besten hin tue. Damit möglichst nichts großartig Wichtiges verdeckt wird. Was habe ich Teleport denn? Teleport brauche ich nicht. Teleport brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Oh Gott. Es ist echt verdammt lange her, dass ich Isaac gespielt habe und ich komme mir jetzt schon wieder so lahmarschig vor, einfach. Wer das Ganze immer wieder verfolgt hat, weiß ich bin nicht. Jo, super toll in Isaac, aber ich lerne auch was dazu, also hin und wieder, wenn ich dran denke und es nicht vergesse. Und ja, ich gebe jedenfalls noch nicht die Hoffnung auf, dass ich, ähm, irgendwann mal zur Mutter komme von Isaac. Ja, da bin ich immer noch nicht gewesen. Aber es ist doch beschämend peinlich, wenn ich sehe, dass manch andere direkt zu Beginn schon schaffen, relativ ohne Probleme zu der Mutter zu kommen. Und ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Und ich habe weitaus öfters gespielt, als ich an Aufnahmen hier habe, also soll man mal nicht glauben. Ich hätte jetzt irgendwie... Ja, kommt doch mal her. Aber so, dass ihr mich nicht... Mir nicht schadet, okay? Also bitte nie hier rein. Sonst drehe ich durch. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ach, ist das am Anfang mal so schleppend, wenn man einfach nichts hat. Und ich bin ja jemand, die nicht weiß, was bestimmte Items und so weiter können, weil ich halt nicht die Möglichkeit habe, während des Spiels zu gucken. Nach dem Spielen habe ich das sowieso vergessen. Und ja. Ich kann halt während des Spiels nicht gucken. Erstens, ich habe kein Smartphone und zweitens, äh, keinen zweiten Monitor, womit ich, ähm, da nebenbei mal gucken könnte. Um zu sehen, was es bewirkt. Deswegen ist es für mich immer so eine 50-50-Chance. Sollte ich den Gegenstand nehmen oder nicht? Sollte ich ihn nehmen oder nicht? Sollte ich ihn nehmen oder nicht? Nein! Oh Gott! Ich dachte schon, das kommt wirklich hierher. Jetzt komm her. Jetzt lass dich doch kommen. Guck mal, es ist doch nicht... Genau. Ich wollte gerade sagen, es ist doch nicht mehr viel. Was ist denn das für... Was ist das für ein Schlüssel? Rusted Key? Was bewirkt der? Das ist die Todeskarte? Ich weiß halt nicht, was die Todeskarte selber bewirkt. Aber lieber Karten als Pillen, ne? Sollte mir mal selber so eine Liste machen, damit ich so einen Überblick habe, was ich so an Gegenständen bekommen habe und ähnliches. Na, spinnen. Könnt ihr... Achso, ihr könnt gar nicht rausspringen. Jetzt aber. Jetzt könnt ihr raus. Und tut es nicht. Danke. Sehr, sehr aufmerksam von euch. Ich weiß, wenn ich genau dorthin gehe, dass in dem Moment werde ich ja raus... Oh ja, genau. Komm raus und geh wieder rein. Ich möchte aber gerne nur einen Ausgang haben, weil das ist für mich kontrollierter. Na komm, 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 komm. Na. Jetzt. Hallo. Hallo. Mann. Ich will da nicht rein, weil genau dann, wenn ich reingehe, kriege ich Schaden. Ah! Oder es passiert sowas. Okay, die Katze war doch auch irgendwie gut, oder? Die Pfote. Ah, komm. Schadet nicht. Äh. Wenn ich da mal rankomme. Wow. Ah. Was hat denn die Pfote gemacht? Was hat denn die Pfote gemacht? Ich weiß es echt nicht mehr. Was hat die Pfote gemacht? Ist auch schön, wie ich einfach mal sehe, wo... Ah, nee, das ist... Ach, ich dachte, das wäre der Geheimraum. Nein, das ist dieser andere... Ah! 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 Dieser andere Opferraum... ...gedönst. Keine Ahnung. Die... Achso, ich habe keine Bomben. Ich habe keine Bomben. Das ist so schlimm. Okay, komm. Ich weiß auch noch nicht, ähm... ...wie viele Folgen ich von Isaac machen werde. Weil ich will das ja quasi, dass es beendet ist. Möchte ich es ja gerne haben. Und es ist ja an sich ein Endlosprojekt, wenn man es so nimmt. Aber ich möchte halt trotzdem da einen Cut setzen dann. Irgendwann mal. Warum ist das hier ein bisschen schwerfälliger? Weil hier so viele Leute sind. Guck mal, jetzt ist ein Gegner weniger. Und es geht schon viel besser. An dem Spiel scheinen da zu viele Leute. Ähm... Was wollte ich sagen? Ja, weil andere haben zum Beispiel mit Isaac aufgehört. Ähm... Weil sie Rebirth angefangen haben zu spielen. Und das soll ja auch mal irgendwann bei mir kommen. Aber ich will halt nicht so lange Isaac hier spielen, bis ich Rebirth irgendwann spiele. Das will ich dann doch nicht. Äh, so ein Kano nach unten. Ach, ich hab zu viel, zu viel Leben verloren. Viel zu viel. Warte mal, guck mal, was die Katze macht. Ah, die Katze macht sowas. Ach, das ist ja praktisch. Das ist ja wirklich praktisch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Spinnen. Hatte ich nicht irgendwie zwei Herzen mehr oder so? Oder ein Herz? Ich weiß es nicht. Da plötzlich nur nur ein halbes ist das weggegangen. Als ich, äh, die Foto verwendet hab. Okay. Da unten geh ich jetzt mal nicht rein. Wow. Wie viel Rüstung ich einfach mal gerade habe. Das wird mich ein Weilchen am Leben lassen, oder? Ich hoffe es zumindest. Einfach nur noch zum Boss. Do you go fly? Okay, das geht noch als Boss. Die Anfangsbosse, die kriege ich eigentlich ganz gut hin. Ich bin ja ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr weitergekommen. Aber nicht unbedingt wegen dem Boss. Die Bosse waren eigentlich alle machbar. Bei mir war eher das Problem, äh, die normalen Gegner. Dass da welche sind, bei denen ich nie so richtig ausweichen konnte. Oder, ähm, Strategie hab ich ja eh nie. Was von daher... Ich möchte doch nur einfach diese Fliegen-Code sehen. Bald stoßt er die wieder ab. Bald stoßt er sie wieder ab. Sollte vielleicht mein, 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 mein Dings noch austauschen. Ich glaube, ich wäre gar nicht mal so schlecht. Äh, die Pfote halt. Ich kann die eh nicht nochmal aktivieren, weil dann bin ich tot. Wenn ich da wirklich jedes Mal irgendwie leben lasse. Oh, 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 oh. Hier ist ja so einer. Oh, was ist das? Tier ist ab. Und ne Karte. Okay, ich, ich hol mir aber noch das Herz. Das yummy, yummy Herz-Gedöns. Das Herz kann ich mir nicht holen, weil ich hab keine Bomben. Das andere war ja weiter hier unten, ne? Oh nein, da muss ich ja durch sowas durch. Och, verdammt. Okay, hab ich vergessen. Hab ich verdrängt. Ne, das mach ich dann vielleicht doch nicht. Ich hab keine Bomben. Verdammt, weil hier unten ist wahrscheinlich, ähm, geheimer Raum. Aber ich hab keine Bomben, um den freizusprengen. Sonst hätte ich die Bombe auch eher verwendet für das Herz. So, das können wir weitermachen. Kennen wir alles. Kennen wir alles. Cool, jetzt wird ja schon gezeigt, wo, in welche Richtung. Guck, wegen sowas zum Beispiel. Da, da, da dreh ich durch. Da bin ich dann beschäftigt mit Ausweichen und krieg das nicht hin, den Schaden zuzumachen, zuzufügen. Ah, ah, ah. Haha, ich seh schon kramt, die Runde ist bald wieder vorbei. So, okay. Nur noch, nur noch eine. Nur noch eine. Nur noch eine. Och, Glück. Puh. Schwein gehabt. Ähm, die mag ich ja auch. Aber wenigstens bewegen die dich nicht. Und die kannst du halt doch recht gut ausweichen. Oh, guck mal, die haben den Geheimgang freigemacht. Das ist aber nett. Ja. So, dann geh ich als erstes zum Geheimraum. Toll. Sowas ist fies, wenn man nicht schweben kann. Oder ähnliches. Nein, 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 nein. Ich sollte eigentlich erst die hier zerstören. Aber die Spinnen kommen halt auch immer wieder in die Quere. Ey. Ey. Okay, der ist schon erledigt. Okay, jetzt nur noch vier Spinnen. Ich bringe dich hin. Irgendwann mal. Oh, ich, ich, ich jubel so dermaßen, wenn ich irgendwann mal wirklich bei, äh, mit Mama bin. Oh, Freunde, bis zum Ende. Das ist bestimmt besser als die Katzenhand. Gut, die Katzenhand ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich opfere dabei Leben, ne? Das ist das, was es mies macht. Oh, oh, vielleicht sollte ich erst mal die hier zerstören. Ey. Mann. So, die hab ich schon mal. Die sind früher immer rot geworden. Jetzt nicht mehr. Jetzt bleiben sie weiß. Ich weiß nämlich nicht, was alles mittlerweile wieder verändert worden ist. Absolut keine Ahnung. Dadurch, dass ich ja kein regelmäßiger Isaac-Spieler bin, auch nicht privat. Am Anfang ja. Als ich's, als ich's kennengelernt hab, da hab ich privat wesentlich mehr gespielt. Ja, das Beste war ja sowieso am Anfang, das erste Mal gespielt. Und was passiert? Ich sterbe im ersten Raum an der Fliege. Ich bin echt schlecht in solchen Spielen. Ich bin echt nicht mehr. Okay. Okay. Ich bin ja erwischt. Oh Mann Oh, puh Was ist das? Okay, was ist besser? Der Rusty Key oder der rote Stoff? Oh, verdammt Ich hab so keine Ahnung Da geh ich nicht rein Da geh ich nicht rein Äh, was red ich da? So Immer den roten Stoff Ich weiß nicht, wofür der gut ist Was da jetzt besser ist Ob der Rusty Key Oder der Stoff Muss ich mal nach der Aufnahme gucken, was die bewirken Wenn ich dran denke Doch, ich denke dran Doch, diesmal Doch, diesmal denke ich dran Hoffe ich Jetzt, Mann Jetzt, nur noch du Nur noch du, nur noch du Oh Wah, 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 wah Das sind mir zu viele Es sind mir zu viele Es sind mir definitiv zu viele Was macht der? Wow Ach, das ist so einer Ach, so ein Explosions-Dings-Typi Ah, okay Oh, Bomben Ich habe endlich mal Bomben Nein, du kommst mir nicht näher Okay Nein, in die Richtung Komm mal in die Richtung Damit die Dinger Zerstört werden Oh, warum so arg Das wäre beinah schief gegangen Ist beinahe nicht bemerkt So Ähm Ich Obwohl da Seine war ja schon der Geheimraum Es gibt doch nur einen Oder ich weiß es Keine Ahnung Ich gehe einfach weiter Wow 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 Oh, oh, oh Ich war gerade vollkommen überfordert Wie man überhaupt nicht gemerkt hat Der macht immer so Diese Zickzack-Dinger Und sonst Waaah Ich bin überfordert Das kann ich nicht mit zweien Es ist mir zu viel Waaah Gesetze der Steine Gilt für ihn auch nicht, ne? Ja, Mann Ich bin echt zu blöd dafür Es tut Es tut mir echt leid Andere denken jetzt Okay Ja Andere denken jetzt Warum ist sie dabei so überfordert Ich konnte das eben nicht Ausfindig machen Ja, okay Ähm Rusty Key und Red Pattern Das muss ich mir merken Und ähm Ja, dann ist die Folge vorbei Wow War die jetzt lang? Oh, es ist so beschämend Aber ich muss erstmal wieder reinkommen Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei einer neuen Folge Ich wieder Bis dahin dann Tschüss, eure Tai Bye